Ich hab 4 Charges mit dem Garten-Segger Habt ihr die Gehnte dorthin? Nein, nicht wahr? Ja? Ich glaube nicht Oh mein Gott Muss ich einfach hinstellen Da? Am besten eine andere Sekle, da können sie hinter dir durchschauen Oder ges- Ich würd's hinter den schli- schliess- 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 Ich bin hinter? Ja Hinter den Spindchen, wo die 2 sind Hm? Da? Da Ja, normale geht man ganz hinten auf, aber ich sollte nicht da alles gehen Guck! 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 Nein! Oh nein! Ah! NOOOOOO! Oh nein! Oh nein! Ah! Ah! Der ist normal links. Ah! 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 Messer? Ja, warum der? Zuerst mal. Hey, der wird runter kurz? Nein. Ah! Ah! Ging! Ich hoffe, die Schreie mir irgendwas hat. Ja! 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 Ah! 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 Auf die R! Das war nichts anderes drücken. Okay. co! Schicamente fået Furs! Ah! Guardraiser! Ah! Ah! Ich spiele den in der ganzen Zeit Ich spiele den mit der Raserei Ich habe den vorhin gespielt als erstes Ja, wir haben noch ein bisschen gut Bei dem Anblick Ich steige mich auf die Schleimers her Ich hoffe zu sehr, dass wir am PC-Spieler Boah, Alter Schnelltisch-Gamer Die Schleimers her Oh, Mann Hmmmm Es war die Hohu